Herr Alonso, es gab eine Szene in der zweiten Halbzeit, als sie Florian Wirz beim einen Wurf umarmt haben. Können Sie sagen, warum? Warum? Warum denkst du? Ja, Flo will immer Spaß haben auf dem Platz, will immer spielen, hat diesen Hunger, schnell zu spielen. Aber wir haben gesprochen, ich habe Zeit, ruhig, Kontrolle, Tempo, wir haben keinen Stress. So ja, er war in der Nähe, ich habe klar gesagt, bleib hier. Ich habe Stoppen zu kontrollieren und geht in die Position, ruhig bleiben und wir weitergehen.